...stehlen können. Gut. Okay. In letzter Zeit haben wir wieder Probleme mit Gary. Schon wieder? Ja. Was ist passiert? Nichts, Mama. Nina, was hat er diesmal gemacht? Also, er macht ständig... Ich bin, wir gehen suchen und bringen ihn her. Aber ich weiß nicht, wo er jetzt ist, Mama. Such ihn und bring ihn her. Ich hab die Nase voll. Dieser Gary Lopez wird mich hellbär. Okay, ist gut, ich such ihn, aber ich hab echt keine Ahnung, wo er steckt. Wie schön, Sie wiederzusehen. Hallo. Hi. Eine Frage, ähm, kennen Sie dieses Kind? Das Mädchen, das gerade rausgegangen ist? Ein bisschen. Das ist meine Tochter. Ja, ich weiß. Ich seh nicht aus wie eine Mutter. Überhaupt nicht. Das hör ich öfter. Viel zu jung. Wie charmant. Sagen Sie, ich wollte hier jemanden treffen. Einen, einen gewissen, äh, Gary Lopez. Kennen Sie ihn? Nein, nein, kenn ich nicht. Wie ich gehört habe, ist dieser Mann absolut intolerant, autoritär, ein schlechter Mensch und, und hochmütig. Er muss unheimlich hochmütig sein. Ähm, aber reden wir nicht weiter über diesen Mann. Wechseln wir das Thema. Ich hab nie nach Ihrem Namen gefragt. César. César Molina. Freut mich sehr. César Molina. Ganz meinerseits. Jasmin. Düdlüdlüdlüdü. Neigisch auf mich. Ja, 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 Jasmin. Willst du sein wie ich? Düdlüdlüdlü. Ja, 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 ja. Jasmin. Na gut, wir verraten das nicht. Ja, keine Sorge, dein Geheimnis ist bei uns sicher. Jem, jam, wie geht's so? Ähm, wir reden gerade über die Aufnahmeprüfung der Musicalschule. Ja, aber wir hingehen und uns bewerben. Die schafft ihr ganz sicher, oder, Jasmin? Ja. Ich glaube fest an die zwei. Ciao, ihr Süßen. Mua!